Ja, als erstes freue ich mich über eine sehr gute Teamleistung und Omar ist natürlich ein wichtiger Teil in unserem Team, der dafür zuständig ist, vorne für Gefahr zu sorgen, Tore zu schießen, vorzubereiten. Er hat heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ist sehr unangenehm zu verteidigen, weil er eben mit seinem Speed immer wieder in die Tiefe gehen kann, kann aber auch kurz kommen, den Ball in den Fuß und spielt dann gute Bälle. Im Moment ist er in einer herausragenden Form. Ich glaube, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt. Das ist der Schlüssel erstmal für eine Top-Leistung bringen zu können. Er fühlt sich sehr wohl im Verein, sehr froh in dieser Gruppe und ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil für uns.